Rolf-Peter Horstmann ist ein deutscher Emeritus für Philosophie. Seine Hauptinteressen gelten systematisch der Ontologie und der Erkenntnistheorie, historisch der Philosophikans und des deutschen Idealismus. Besonders Hegels Leben Horstmann studierte ab 1960 Philosophie, Geschichte und Grazistik an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, der Universität Wien, der Freien Universität Berlin und der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg In Heidelberg wurde er 1968 zum Dr. Phil promoviert. Nach fünf Jahren am Hegel-Archiv der Ruhr-Universität Bochum war er von 1973 bis 1979 an der Universität Bielefeld. Ab 1974 hielt er zugleich einen zweijährigen Lehrauftrag an der Georg-August-Universität Göttingen. 1979 habilitierte er sich in Bielefeld für Philosophie. Als Oberassistent hielt er 1979, 80. einen Lehrauftrag an der Philips-Universität Marburg und 1981, 81. eine Lehrstuhlvertretung in Göttingen. Ab 1981 Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft war er 1981, 82. Research Fellow an der University of California, Berkeley. Die Universität Bielefeld ernannte ihn 1983 zum außerplanmäßigen Professor für Philosophie. 1986 wechselte er auf eine Professur der Ludwig-Maximilians-Universität München. Nach einer Lehrstuhlvertretung an der Universität Potsdam folgte er 1995 dem Ruf der Humboldt-Universität zu Berlin auf ihren Lehrstuhl für Philosophie-Geschichte Deutscher Idealismus minus 1998 und 2002 bis 2004 war er geschäftsführender Direktor des Instituts für Philosophie. 1997, 98. war er Dekan und 1998 bis 2000 Prodekan der Philosophischen Fakultäti. 2007 wurde er emeritiert, Gastprofessuren, Berkeley, University of Pennsylvania, Dartmouth College, Universidad Federal de Santa Caterina, Princeton University, Jones Hopkins University, New York University, Fudan Universität, Brown University.